Das Essen ist furchtbar. Wir sind gerade in Kyoto und sind hier in diesem Bambus Forest Garten. Wir haben es heute geschafft einmal früh aufzustehen und wir schauen uns heute um. Heute schaust du mir die Affen an. Weil die letzten Male waren ja alle immer so, wir brauchen ja eine Affenzehen. Aber wir brauchen das Affenzehen. Und jetzt für das Affen. So, wir sind in einem Rilakkuma Café. Keine Ahnung. Weil es hier Kaffee mit so Rilakkuma-Form gibt. So, jetzt haben wir unser Essen bekommen. Ich weiß auch nicht, wie ich immer hier lande. Für mich zum ersten Mal das hier. Weil ich mir irgendwas bestellen musste. Ich hab mein Ticket. Und wir gehen jetzt gleich zu den Affen. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich wollte eh mal schon zu den Affen gehen. Aber jetzt nach dem dritten Mal hier, habe ich es ja nicht geschafft. Also ich hab die Affen noch nicht gesehen. Die müssen jetzt auf den Berg da hoch. Und dann... Wir sind gerade diesen scheiß Berg hochgefahren. Und ich sehe schon die ersten Affen. Also hier gibt es nicht nur Affen, sondern auch eine Hammer-Sicht. Also der Aufstieg ist voll hart, aber es lohnt sich. Es ist mega nice hier. Haben wir noch da hoch oder so? Ja, lass da hoch. Hier hat Biu und Affen. Oh, die sind alle voll klein. Ich finde es aber gut, dass wir hier im Käfig sind und nicht so Affen. Also wir kommen hier in ein Haus rein und bekommen dann für 100 Jahre so Essen und können sie dann füttern. Und dann müssten die nicht im Käfig sein. Und heute soll es anscheinend nicht regnen, aber es niselt schon. Oh, yes. Du scheiße Muggel, du. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich kack ab. Das ist so krass. Oh, mein Gott. Es sieht zu krass. Ich habe schon keine Worte dafür. Warum bin ich an Scheiß Muggeln? Oh, wow. Und das ist so krass. Oh, das ist so krass. Das ist so krass. Oh. Und die Toiletten-Scheiß-Geräusche. So, wir sind jetzt raus aus Hogwarts. Aber erstmal essen wir einen Upperteilten-Hauter. 6 Euro! Bei Harry Potter wird da... Wir haben uns jetzt so Turkey-Coin geholt. Und schauen dann, wo wir uns danach anschauen. Das schmeckt aber nicht so geil. Ist ein bisschen warm. Einfach so saurier. Und die Haut ist einfach nicht echt der Haut. Ich war wirklich ganz so nachgelassen. Es war total verrückt. So, wir sind jetzt bei einem Minion. So, wir sind jetzt bei einem Minion. Wir sind gerade wieder in Hogwarts. Wir haben uns jetzt Butterbeer geholt. Und das ist jetzt der Moment. Riech mal, riech mal! Wie ein richtiger Affe Puff. Und wie? Süß. Süß? Ja. Ist eigentlich nur süß. Oh wow, es kürz-kürz-씨. Aber es ist lecker, aber Das ist halt sogar schon doof Aber ich kann es nicht beschreiben Schmeckt ein bisschen nach Irgendwas mit Ginger Ginger Beer Ginger Root Beer Root Beer mäßig Root Beer Irgendwas geröstet Geröstet? Das ist so nach Weihnachten Ja, ja, ja Ich weiß nicht Schmeckt nicht scheiße, aber ist fucking süß Und ist alleine schon mächtig Das ist dick random Wir sind gerade Weil einfach kein Mensch hier ist In diesem Hello Kitty Ding Und es ist einfach so Es ist alles frei, dass wir uns einfach selber aussuchen Ja So, wenn ihr Zeit habt Kommt ganz ganz am Ende zu den Hello Kitty live hier Kein Schwein hier Kein Schwein hier Alle sind weg Kommt einfach ganz am Ende hier her Und eigentlich ganz cool Das war's jetzt Ich glaub ja, gehen wir nach Hause Vielleicht gehen wir nach Hause Und das Essen auf jeden Fall Hat sich mega los Das ist richtig nice Was ist Krassi Was ist Krassi? Von? Bei Hause? Für eine Kitty Nein, hier ist es Oh, schon geil Also die Rides sind nicht so krass Also die Rides sind nicht so krass Am Rides gehen 30 Stunden Ja Und Holt euch Essen voll im Konbini Das Essen ist furchtbar Für Todesteuer Also es lohnt sich nur Aber hier ist alles richtig gut gemacht Okay, deswegen Das ist einfach kein Schwanz hier Das ist kein Schwein Ja, einfach abends kommen Okay Baubitch Baubitch Alle Bitches Alle Bitches Okay, bis dann Ciao Ah Ah